Meine Damen und Herren, hallo aus Barcelona, willkommen im Video. Ich habe seit dem letzten Video fünf Kilo abgenommen, wo ich bei dir war. Ich bin stolz auf dich, mein Bruder. Komm, lass dich drücken. Vielen Dank. Die fünf Kilo holen wir jetzt wieder rein. Wir sind in Barcelona und haben uns spontan entschieden, eine Dönnertour zu drehen. Mit meinem Bruder, Can. Hallo. Ihr kennt doch alle Mustafas Gemüsekebab aus Galileo. Und hier soll es den originalen Mustafas Gemüsekebab geben. Brudi, stimmt das? Hallo? Ich habe schon richtig Bock auf einen Berliner Döner. Boah, Wallah, 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 das wäre ein Traum jetzt. Eine Sache schon mal klar, hier gibt es auch eine Schlange. Also ich sage dir so, Can, der erste Eindruck erweckt den originalen Eindruck aus Berlin. Und was sagen die Preise? Vier Euro ein Chicken-Döner geht voll klar, Alter. Ist Berlin auch so? Was? Was will er? Bist du aus Berlin? Junge, Alter, rot die Fuck. Ey, Bro, ich muss los, ich habe einen dringenden Termin bekommen. Ich bin auf Tavla. Bruder, es gibt eine App, ich bin einfach darüber weiter. Hatte, bis gleich. Freunde, dieses Video wird gesponsert von Lord of the Board. Ein Free-to-Play-Backgammon-Spiel erhältlich für iOS und Android. Den Link dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Backgammon, oder wie bei uns Türken auch Tavla, ist ein altes, traditionales Multiplayer-Brettspiel. Es macht sehr süchtig und ist zudem wettbewerbsfähig. Bro, ihr kennt doch immer diese alten Amtes in Cafés, die spielen um Ehre. Genau dieses Spiel ist das. Ich bin oft Zeuge davon geworden, wie dieses Spiel Freundschaften zerstört hat, Alter. Für die Leute, die dieses Spiel noch nicht kennen, man spielt es im 1 gegen 1. Und der Vorteil in dieser App ist, du kannst gegen jeden auf der Welt spielen. Das ist so geil, Bruder. Wenn du nachts um 3 Uhr Bock auf Tavla hast, kannst du auf die App gehen und gegen einen x-beliebigen Menschen auf der Welt spielen. Ich habe die App selbst ausgetestet, weil ich sehr gerne Tavla spiele. Und was mich fasziniert hat, sind die einzigartigen Tischdesigns, die Run-Listen-Spiele, die Turniere, die diese App anbietet, Bruder. Und ihr könnt tägliche Bonis abkassieren. An Tagen, wo es Lockdown gibt und Corona gerade das große Thema ist, kommt diese App perfekt, Alter. Check meine Beschreibung mit dem Link zum Spiel ab und lad die Lord of the Board kostenlos runter und erhalte 500 Freispiel-Münzen. Ich mag das Spiel sehr und ich bin sicher, euch wird es auch gefallen. Vielen Dank für die Sponsoring meines Videos und ich sage euch eine Sache, wer mich bei diesem Spiel schlägt, Döne auf meinen Nacken. Wer ist das? Kennst du ihn? Ja, bin ich. Was ist das? Ich habe ihn gestern kennengelernt in einem anderen Restaurant, er arbeitet bei zwei Stellen. Er ist Pakistanisch, wie fließend Türkisch. Pakistanisch! What the fuck? Er wird dir jetzt einen miesen Döner machen, weißt du? Geil, Holla geil. Es gibt eine goldene Regel, Can. Ein Laden, wo eine Schlange ist, kann nicht schlecht sein. Das stimmt, ja. Das ist ein Arbeitstier. Er arbeitet bis 17 Uhr in einem Nobelrestaurant und danach arbeitet er hier und umgekehrt, jeden Tag. Ich zeige euch mal den Spieß. Ich sage euch so, der sieht überdeutschtendlich gut aus. Alles lecker. Einmal lassen, wenn man das vergessen. Er geht auf Deutsch. Er ist lecker. Er ist geil, oder? Alles gut? Wie geht's, Bruder? Alles gut? Wie geht's, Jungs? War lecker? War mies lecker, Alter. Ist wie in Deutschland? Ist wie in Deutschland. Ich zeige euch mal, wie er den Grünen macht. Ja, was für eine Maschine ist dieser Mann, Alter. Bruder, bist du auf Koks oder was? Was machst du? Es sieht nicht schlecht aus wie Barcelona. Wallah. Bruder, bei so einem Arbeiter, es kann nur schmecken. Es riecht auch sehr lecker. Vertrau mir. Ich habe vollstes Vertrauen. Und was sehr, sehr wichtig ist, wir haben hier Scharp-Knoblauch-Kräutersaucen. Achtung mal auf den Inhalt von diesem Dürüm. Sieht saftig aus. Und was mir auffällt ist, die Spanier essen alle Dürüm hier. Wir essen Dürüm, Bruder. Kein Dürüm. Ja, bitte. Oh! Oh! Du kannst nicht in Berlin sagen. Ja, ja. Also, er sagt, der Besitzer von diesem Laden ist aus Berlin. Kann ich Bruder nicht essen? Ja, Bruder nicht. Oh, das Brot ist sehr, sehr kross, genau wie ich es liebe. Kräuter drauf, Knoblauch drauf und Schaf drauf. Jetzt kommt das Fleisch drauf, Wild, bisschen Pommes, Gemüse, Chokas, Chokas. Danke. Oh, und noch mal drei Saucen drauf. Wie der Aji-Pubi-Ber im Marm habe. Ja, habe. Wunderbar. Wie sehr der Aji-Ata bist, ne? Ja, danke schön. Danke. Guck dir mal dieses Prachtwerk an, Alter. Ey, Brot ist extrem kross, ne? Krossi Krabbe Pizza, ist die Pizza für dich und mich. Ey, sehr, sehr gut. Bismillah. Bruder, die Saucen wie in Berlin. Er ist saftig, sein Vater, Bro. Da ist ein bisschen Döner in deiner Soße. Ich schmecke gerade, kein Unterschied zu einem Döner in Berlin, Bruder. Allah. Dir wird das sehr gefallen, Bro. Dir wird das sehr gefallen. Wow. Die Faubs haben uns angegriffen. Boah, genau hier in der Mitte. Hier, Bruder. Allah, Ehrenmann. Ehrenmann in den Chat. Er ist einfach sein Cousin. Oh nein, oh nein. Es schmeckt 1 zu 1 wie in Berlin. Das Brot war ein bisschen zu lange im Toaster. Wow, 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 wow. Mein Bruder, mein Bruder. Entspann dich mal. Also das Fleisch und die Kombination ist es so, wie man es aus Berlin kennt. Das Brot, zu knusprig. Und der Big Tasty, er stand schon 17 Minuten. Das ist kein frischer Big Tasty. Ja. Ja. Doch, doch. Ist schon sehr gut. Und guck mal die Schwange an, Bruder. Ich bin positiv sehr, sehr überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir in Barcelona so einen guten Döner essen. Ich meine, in NRW haben wir so einen Döner. Also ich würde dem Döner eine 8 von 10 nehmen. Ich bin auch bei 8. Ganz klare 8. Sagen wir es so, es ist eine gute Kopie. Es ist nicht das Original, aber es ist eine gute Kopie. Du hast perfekt geschrieben, Bruder. Pause. Boah, das ist ein Mies bei Schlamm. Ja, das ist ein Mies, oder? Du willst ihn. Nein, 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 ich will das nicht. Hilfe. Hasta luego. Ja. Wir sind in der zweiten Station angekommen. Surna Cuina Turca. Jan versucht Klamot zu verkaufen. Hey, kannst du vielleicht meinen Shop leer kaufen? Ich sag dir so, Bruder, optisch sieht das hier jetzt nicht so überragend aus. Aber wir ziehen einfach durch, ja? Ich brauche Geld. Der Bruder sagt gerade, das ist einer der ältesten Dönerläden in Barcelona. Mal sehen, Bruder. Vielleicht werden wir positiv überrascht. Ich habe eigentlich einen Döner bestellt, aber es kam ein Dödem an. Ich weiß nicht warum. Okay. Entspann dich, Wanda ist hinter dir. Guckt ihr? Jetzt gerade nicht. Ich überlege gerade, wie wir hier am besten rauskommen. Ich tue so, als ob mich einer anruft. Und dann hau mich ab auf den, okay? Okay. Ja. Digga, hör auf, Wallah. Digga, wir müssen hier weg. Wallah, hör auf zu sein, ey. Wallah, hör auf zu sein, ey. Wallah, hör auf zu sein, ey. Wir sind raus aus dem Laden. Wir versuchen unser Glück einfach heute Abend nochmal. Es ist tatsächlich passiert. Das war der schlechteste Döner, den ich jemals nehme. Das muss Erdbeeren. Und hallo. Dann Erdbeeren. Boah, guckt euch mal diese schöne Farbe an. Bestimmt schmecken die im März. Wir haben einen sehr, sehr exklusiven Laden in Barcelona entdeckt. Waffeldöner. Hier gibt's Waffeln, die gefüllt sind. It looks extremely nice. Thank you. Das Waffel Kebab. Waffel Kebab. Waffel Kebab. Waffel Kebab. Ach so, wir haben ausverkauft. Ich bin gar nicht gestolzt auf dich, Mann. Danke, Mann. Also geht der Döner auf dich hier? Kein Problem. Ich hab so einen alten Freund, der heißt Arda, und der hat immer früher so einen Song gesungen. Pass auf. Frisch gepresster Orangensaft, Orangensaft, Orangensaft. Frisch gepresster Orangensaft mit Crème. Ich kenn auch einen Song, pass auf. Orangensaft, Trinkt um die Müll nach vor. Orangensaft. Welcher Mensch holt sich Orangensaft. Oh, thank you. Wie gehst du so ein Ding an, Alter? Ich will das so in die Hand nehmen und essen, Mann. Das ist Nutellateig und Banane. Noch nie hat ein Mensch so einen Crème gegessen. Ich glaub, das kann das geilste auf der Welt sein, gerade. Oh, der Dönercrème ist echt lecker. Oh, der Dönercrème kickt mies rein. Spaß bei Seite, ne? Der Teig ist 1A. Das sieht nicht aus, Dicke. Was machst du denn da, Dicke? Hallo ... Wie geht's noch? Wie geht's noch? Wie geht's noch? Wie geht's noch? Ey, aber das sieht wirklich lecker aus. Da kommt erst mal Schafversuch drauf, oder? So. Aber raten wir mal, was hast du dich kostet? Wenn du mich so fragst, bestimmt 6,7 Euro. 6,50. Also das ist gottlos. Das ist wirklich teuer für 6,50. Sieht das aus? Es sieht lecker aus. Halt mal an dem Spieß ganz kurz fest. Nichts ist für immer. Das Hähnchen ist eine 10,50, Bruder. Hat jemand den kleinsten Döner der Welt bestellt? Ja, ich. Meine Damen und Herren, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, ich würde uns sehr, sehr freuen. War eine interessante Tour diesmal. Was Döner angeht, sind wir nicht so auf unsere Kosten gekommen. Trotzdem hat es Spaß gemacht, Digga. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Ciao und takao. Ciao und takao.